Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8. Peter und Dalu sind bei mir im Team. Woher weißt du das? Weil ich das per Zufall vorher gerade bestimmt habe. Durch Zufall hast du das vorher bestimmt? Ja, ich muss das jetzt tatsächlich, ich kann das einstellen. Ich hätte auch natürlich faken können, aber ich habe jetzt gerade paar mal aufs X gedrückt und da kam da diese Gruppe zusammen. Ja. Ja. Interessant, warum haben die das geändert? Frage ich mich auch. Ich glaube, damit du Team machen kannst ohne Random Teams. Dass du gezielt sagen kannst, die vier gegen die vier. Okay, ergibt Sinn. Oh, du hast jetzt so eine Fahne hinten raus. Oh, Leute. Ihr sagt, es gibt keine Neuerung. Ihr sagt, es gibt keine Neuerung. Scheiße, wir machen das mit den Fähnchen. Herr Häuser, schön weiter büsten. Jawohl. Haha, da bin ich wieder. Wann irgendwas getroffen worden? Ich glaube, ich war das. Oh nein, wieso kriege ich denn jetzt eine Rode? Aber das war auch ich. Das ist doch schon mal hier nach... Das sieht doch nach einem Sause-Schuh aus. Was war das denn? Was hat mich denn da getroffen? Dalu? Der lässt den Schuh viel besser rein. Ja, ich habe den Sause-Schuh drin. Ach so. Dalu, du bist mein Team. Ich habe eine Bombe, ich werfe die rechts, dann fahr links bitte. Ich wurde gerade witzigerweise von einem Roten getroffen, von hinten. Naja, weiß ich auch nicht von mir. Wieso fliege... Läuft, mittlerweile... Mittlerweile hast du die Items auch an deinen Teammates... Oh nein! Jetzt, äh... Ja, das finde ich aber gut. Das sind die trotzdem... Ich hab vom Ghost. Ja, aber wenn... Aber das kann ich dann an den Teammates vorbeifliegen, denn mein Teammate hat mich mit einer Roten getroffen. Nee, ich hab das ja mit einer Roten... Die sind Eiserne. Ey, ich werd hier komplett gefickt! Dalu, was tust du? Ja, der Tintenfisch ist viel krasser geworden in Deluxe. Der macht jetzt richtig den Weg. Alter, und ich krieg schon wieder ne Roten? Wollt ihr mich verarschen? Boah, ich werd hier voll durchgereicht von denen. Wenn da tatsächlich ist, dass das Anti-Blau vorbeigeht, ja, dann wurde ich gerade komplett zerfickt von den dreien. Ey, da... Wir sind... Pass auf, ich hab jetzt die Bombe am Arsch. Das ist so geil! Das sieht so süß aus, wie der am Arsch ist. Ey, ich muss die ja nicht wegschießen. Äh, wenn du jetzt ne Rote abbekommst, kriegst du den Bomben-Damage, ne? BOOM! Nein! Oh, die war Assi! Nein, da krieg ich nicht den Bomben-Damage, oder? Doch, die explodiert dann. Na, ist natürlich doof. Also, ich weiß nicht, was man mit der Bombe blocken sollte, was Sinn macht. Boah! Vielleicht kann man die einfach nur dann an den Arsch halten, ey. Das ergibt auch keinen Sinn. Um den richtigen Zeitpunkt abzupassen, dafür müssen wir die nicht an den Arsch halten. Okay. Das war hart, Assi. Das war hart, Assi, ey. Wie ihr mich da gefickt habt. Das ist voll geil, dass die Items einen nicht mehr treffen. Dann gibt's nicht mehr... Ey, du hast mich abgeschossen! Ja, das ist eigentlich schade. Ja? Also, ich finde das tatsächlich schade, weil da fand ich eigentlich immer ganz witzig, dass man halt sich darüber auflegt. Das heißt, die Rote kam dann nicht von Jay, die mich nicht getroffen hat. Kann gut sein. Kann ja auch sein dann. Also, muss dann ja im Endeffekt. Ihr müsst aber von mir gekommen sein, weil ich die aus Versehen abgeschossen hatte. Oh Gott! Verstehe ich das. Das müssen wir machen. Oh, guck mal hier, die Lobby. Ist das nicht schön? Alter, drei Kronen. Alter, ich hab zum ersten Mal ne Krone Mario Kart 8 Deluxe auf. Aber du schockst nicht glücklich zu sein darüber. Scheiße, ich weiß immer noch nicht, was ich fahren will. Was will ich denn fahren? Das Beste ist, wenn ich rede, was ich da für den Mund hab. Der sieht so lustig aus. Weißt du so, steck ihn richtig tief rein. Sag was, Jay. Sag was. Kann ich nicht. Komm schon. Ich gucke grimmig. Bei Jay kann man richtig schön sehen. So nach dem Modell kackt ihr ihn halt. Ihr habt den richtig großen Mund. Der ist aber wirklich riesig. Da passt einiges rein. Ja, da passt einiges rein. Ich weiß nicht, ob deine Stirn da durchpassen. Das ist so 50-50 im Gesicht. Peter Stier kann das ganze dort koreanische Militär landen, ey. Das mit den Fähnchen ist ja super, ey. Ja, das stört mich ehrlich gesagt in meiner Aerodynamik das Fähnchen. Ja. Dadurch kann ich nicht so schnell fahren. Oh nein, jetzt bin ich hinten bei den Blauen. Jetzt wird Dalo durchgereicht. Ja, das ist echt schlimm. Wirklich. Du wirst die ganze Zeit gefickt davon. Das war gerade ganz schlimm. Also wenn das wirklich so ist. Ich bin ja immer noch nicht hundertprozentig trust. Ich bin da auch noch nicht sicher. Ja, die Grünen treffen dich halt. Ja klar, Grüne ist logisch. Wann hab ich da getroffen? Ja, die Rote fährt an euch vorbei. Loll, die fährt gerade auch an mir vorbei. Ja, genau. Das stimmt. Faszinierend. Das heißt, ich könnte jetzt die absch... Ich hab drei Grüne Rote geklaut. Ich muss leider vor dich fahren, weil sonst werde ich... Nee, nee. Hau ab. Hau ab. Hey, lass du was damit ab. Ach nee, da kommt sie schon. Jetzt lassen wir noch ein alter für die Defense. Tschüss, Dalo. Dalo, du machst das, ne? Du bist uns da geklaut. Die ganzen Rote. Oh, ich krieg auch ne Rote ab. Ein zweiter. Nalo, kam die von dir jetzt? Nein, die ist einen anderen Weg gefahren. Oh shit. Oh, Dalo hat auch drei Rote. Jawohl, ich hab Chris getroffen. Ja, du hast mich weggeführt. Weil ich Chris getroffen hab. Und meine drei Roten, die ich hatte. Wow, aber ich hab trotzdem Chris getroffen. Oh, da kommt ne Rote an. Zwei Rote, wer von dem kamen die? Die ist nicht von mir. Die ist nicht von mir. Ja, die sind auch an mir vorbeigefahren, aber die waren auch auf dem anderen Weg. Nein, der Fall war sie. In der letzten Runde. Der Blitz kam, da war ich schon im Ziel. Hey, dritter ist auch okay. Hau ab! Nein! Der hat's ja echt doch geschafft. Gibt's nicht. Kann ich sein. Ich hab immer noch nicht drauf geachtet, was ihr fahrt. Scheiße. Also mit dem Auto komm ich jetzt schon mal besser klar als mit allen anderen bislang, ey. Was hast du denn? Oder willst du das nicht sagen? Ich hab den Sausenschuh. Ah ja stimmt, hast du ja schon gesagt. Mit dem Tanuki-Mario, weil du ja Gott-Tiel direkt genommen hast. Der Tanuki-Mario ist, äh, also es gibt halt leichte, mittlere und schwere Charaktere. Und dazwischen gibt's auch noch mal Abstufungen. Und der Tanuki-Mario ist Mitte-Mitte. Und da dachte ich mir, ist doch ganz sinnvoll. Ja ja, ist auch ein sinnvoll Charakter. Peter, für dich müsste doch der Hund super sein. Wo ist denn der Hund? Ähm, warte mal. Also ich mein, bei schwer und leicht. Wie bei schwer und leicht? Komm, nehmen wir doch mal Bram-Streck hier, damit er ein bisschen was zu lachen hat. Da unten liegt da. Ist da der Hund, oder nicht? Ich bin grad nicht im Charakter-Menü. Ich meinte, wo ist der Hund im Sinne von schwer oder leicht? Auf der Skala. Sepp hat nicht ausgewählt. Nein, Christian ist das. Sieht man doch. Ach, ja stimmt. Peter, ey. Du kannst uns auch nicht unterscheiden nach denen. Ne, ihr habt beide so dicke Bärte. Aber ne, nicht wirklich. Sepp, ja, richtig. Ich hab den Ultra. Ich bin eigentlich schwarz im Gesicht. Das wäre eine der krassesten Balancing-Änderungen, wenn die beim Teamspiel das jetzt wirklich so eingestellt haben, dass du die Gegner nicht treffen kannst. Kannst du nicht treffen. Kannst du nicht. Kannst du nicht treffen. Ich hab bestimmt sechs Rote an zwei meiner Team-Mates vorbeigeschossen. Ich glaube auch mit dem Stern wirst du nicht getroffen. Doch, doch, doch. Ich wurde auch von der Tröte getroffen. Von Sternen, Tröten, Bananen, Grün. Okay. Wieso haben die denn das Spiel denn versaut uns? Was soll das denn? Damit die nicht immer so salzig sind, die Leute. Ach, was tue ich denn? Ja, aber das ist doch langweilig dann. Das war doch mega witzig. Du kannst bestimmt das andere nicht. Aber für kleine Kinder nicht. Ja, vielleicht kannst du das einstellen. Ja, ich bin letzter diese Runde. Haha, du bist dritter. Ne, scheiße, ich bin da hinter denen. Nein, ich... Oh ja, boah, jetzt kriegt Dalu die ganze Scheiße von denen ab. Ne, ne, ne. Scheiße. Wovon bin ich denn jetzt getroffen worden? Banana. Banana. Ja. Ja. Da haben wir auch nochmal getroffen mit der Bombe. Oh ja. Irgendwie muss ich nicht bremsen mit meinem Setup. Okay, ich bin wieder am Start, Freunde. Irgendeiner hat mir drei Pilze geklaut. Ich... Ah ja, der Geist ist neu, ne? Ja. Da sind meine Tanookis wieder. Ja, alles gut. Dingens gibt's hier nicht, ne? Die Feder, die gibt's nur in der Schlacht. Die gibt's nur in der Schlacht, ja. Weil... Die Feder gab's früher in den Mario Karts auch in den drin. Fuck! Wie gemein war das denn? Da kam die Rode und in dem Moment wurde meine Defense geklaut. Ja, Peter. Dalu, geh mal weg da. Ich will die Scheiße schie... Okay, dann schieße ich die. Könnte das mein erster Sieg im Mario Kart 8 Deluxe sein? Uh! Yes! Nein, Peter! Jawohl! Peter wurde doch noch getroffen bei mir. Bei mir habe ich Christian auch noch getroffen, aber egal. Passt schon. Und noches Auto. Du kannst das immer zwischen den Runden... Ich weiß, tue ich die ganze Zeit. Ach so, okay. Ich habe noch kein Auto gefunden mit einem vernünftigen Koeffizienten zwischen Handling und Beschleunigung und Tempo. Du musst den Spieler am Controller wechseln, Bram. Oh, das... Wo habe ich denn jetzt Lust? Ach nix. Das war nix, Dalu. Ne, darauf habe ich keine Lust. Ah! 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 Das ist gut. Peter ist ganz schön gut in dem Spiel. Wir sind im Team, Dalu. Gestern waren wir im Team, heute sind wir im Team. Ich will dich ja, wenn wir keine Teams spielen, will ich dich besiegen. Ja, das kannst du ja eh vergessen. Ne, ne, ne. Ich werde auch Tanuki Mario. Oh, fuck. Ja, ja. Nein, nein. Ich glaube an den blauen Shy Guy. Wo ist denn der angesiedelt? Der Shy Guy. Der blaue. Äh, leicht. Leicht ist der, ja. Okay. Das ist ja einfach Beschleunigung overall, ne? Ja. Naja, aber irgendwann erreicht man auch zumindest... Nein. Wenn man halt wenig Fehler macht, bei 200cc seine Höchstgeschwindigkeit und dann ist es manchmal halt auch... Ja, aber Fehler muss ja nicht immer Fehler sein, sondern du kannst ja auch abgeschossen werden, ne? Im Timetrial ist er vielleicht nicht so gut, aber dafür, wenn du halt getroffen wirst, fährst du halt schnell wieder... Ja, das ist halt so der Punkt, ne. Gerade bei furiosen Items musst du schon damit rechnen, dass du mal getroffen hast. Genau, und dann ist so eine schnelle Beschleunigung immer wieder schön. Christian, das war nicht schlecht, ey. Oh, fuck, ja. Was machen wir den Boomerang? Ja. Wooh, Boomerangstens, Junge! Komm, selbst schieß! Naja, Krister ist mir reingefahren, Alter. Das ist gut. Wobei Christian nicht getroffen wurde. Okay. Ich bin rechts, Alter, ich hab dich nicht mal gesehen. Ich bin rechts in der Bahn vorbeigefahren. Wie hast du die Rote weggefahren? Das war ganz schön doof. Aber wahrscheinlich irgendwie böse. Ach, komm schon! Die sind ein bisschen krasser als im letzten Mario Kart. Die Server sind ja auch, glaub ich, noch nicht wirklich. Server? Ich glaub, das läuft nur über mich. Tatsächlich. Tatsächlich. Scheiße! Achso! Ich hab übrigens gestern Telefonanruf bekommen. Echt? Wir können leider ihren, äh, Internetvertrag, äh, der ist ausgelaufen, beziehungsweise den geben, bieten wir nicht mehr ihnen so an. Okay. Ich denke mir so, what the fuck? Wollt ihr mich jetzt verarschen? So, schmeißt der mich jetzt grade aus meinem Vertrag raus? Und dann so, ja, äh, sie kriegen jetzt für den selben Preis 400.000er Leitung. Okay. Okay. Ist ja Notverstämtheit. Und dann denke ich mir so, geil. Wo ist denn da der Haken? Sag ich jetzt mal nichts gegen? Dann hab ich nochmal gefragt, ob ich den Upload bessern kann. Dann meinte er so, ja, für 5 Euro im Monat. Und ja, jetzt kriege ich das. Genau, dann gibt es 20, ne? Das war doch voller Ausschnitt so mit dem 5 Euro im Monat. Ja, das ging aber vorher bei mir nicht. Wie? Das wurde bei mir nicht angeboten. Ich hab ja nachgeguckt. Das wird nicht. Sehr gut, Jay. Kein Glück in der letzten... Bram wurde ja richtig krass getroffen. Ich war schon, bei mir war ich schon im Ziel. Doch, noch lange nicht bei mir, ey. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Zerstört worden. Okay, Tanuki Mario gefällt mir schon mal. Tanuki Mario ist grad auf 1,2 und 3 gelandet. Was ein Zufall. Er ist halt aber wirklich Gott hier. Mmmh, Frikadelle. Also von gestern noch wahrscheinlich. Katerfrühstück bei den Stachelhauses erstmal. Lecker Frikadelle. Das ist ganz schön krass gerade, ey. Ich komm auf die Geschwindigkeit noch nicht so wirklich. Ich freu mich schon auf Quake. Autofahren ist heute glaube ich auch nicht drin, ey. Alles klar, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Tschüss.